Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Bartholz und Zahn. Ich bin hier bei Kodi in Duisburg und hier kann man seit neuestem auch mit Ritical so ein bissl oder mit Maiso Vipay, ne Quatsch, Maiso Vipay hat vorhin bereits, vorhin die gerade ein Fernsehen, ich meine eher Mastercard, Visa, Mastercard, Visa und Co. Also mit diesen Karten kann man seit kurzem auch bei Kodi bezahlen und somit ist der letzte Maestro Vipay ohne Händler, ne ist ein Maestro Vipay, Schiocard, Uni Händler weg. Also ein Schiocard, meine ich so, Vipay ohne Händler weniger und das ist gut, denn die norddeutschen Banken wollen scheinbar nicht Maiso, was Vipay auch bei Apple Pay oder bei Google Pay anzubieten. Und diese Commerzbank überprüft, so sei es, die Einführung der Maestro Anwendung bei Google Pay, ebenso kommt direkt mit Vipay. Und ich denke, dass Kodi das in so allen Filialen akzeptiert. Das heißt ab sofort kann man in allen Kodi Filialen auch mit Riticale bezahlen. Und bis zum nächsten Video, tschüss.